Leute, ganz großes Problem. Mir wurde gestern mein Handy geklaut und ich habe keine Dateien gesichert. Das heißt, alles ist weg. Ich weiß nur, dass sich mein Handy hier befindet, um genau zu sein an diesem Punkt. Edward hat sich erstmal Schuhe aus der Zeit der Sowjetunion angezogen und Levin hat die Zahnfee geholt. Jetzt geht es auch schon los. Nach 30 Minuten fahrt sie mir jetzt auch endlich angekommen und Levin ist auch bereit, dem Dieb eine zu pfeffern. Aber leider, leider hat uns dieses Haus zu einer Sackgasse geführt. Das Ende vom Lied. Ich habe leider mein Handy nicht finden können. Ich bin so am Arsch. Kann mir bitte jemand helfen?